Hallo und herzlich willkommen hier auf TheBigGreek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Wie ich euch im gestrigen Video versprochen habe, kommt jetzt die entscheidende Partie des Reykjavik Opens zwischen den beiden jungen indischen Spielern Gukesh und Pragnananda. Vor der letzten Runde hatte Gukesh sechs Punkte, Pragnananda sechseinhalb, aber Gukesh hatte weiß. Und es war ein sehr dramatisches Duell. Die beiden Spieler, für die, die sie nicht kennen, sind super interessant, müsst ihr euch merken. Gukesh 15 Jahre alt, die Nummer eins der Welt in seinem Jahrgang 2006, Pragnananda etwas älter, 16 Jahre alt, die Nummer zwei seines Jahrgangs 2005. Die sind beide schon Top 200 in der Weltrangliste, Gukesh 113, Pragnananda 148. Aktuell, ihr seht hier die ELO-Zahlen, klassische ELO-Zahlen eingeblendet. So, und jetzt zeige ich euch die Partie und dann erfahrt ihr natürlich am Ende, wer das Turnier gewonnen hat, das Reykjavik Opens. Gut, ging mir weniger darum, es ging mir mehr darum, euch diese Partie zu zeigen, war es wirklich am Ende sehr dramatisch. So, wir gehen rein. D4, Springer F6, C4, E6. Springer C3, Läufer B4, die nimmt Sovic in der Deutsch-Indische Verteidigung, ein häufiger Gast in der Turnierpraxis, auch auf diesem Kanal, habe schon sehr viele Partien analysiert mit dieser klassischen Eröffnung, die sehr, sehr viel gespielt wird auf Großmeisterniveau. E3, das solide Rubinstein-System, Hochade, Läufer D3, D5, C schlicht D5, E schlicht D5, A3, greift den Läufer an, der geht zurück nach D6. Alles normale Züge. Dame C2, Dame-Läufer-Batterie hier, droht aber noch nichts, umwickelt einfach die Dame, lässt sich noch aufhören, ob der Springer nach E2 oder F3 geht. Obwohl wir noch nicht sehr weit fortgeschritten sind in der Eröffnung, überlegte Pragnananda hier schon 18 Minuten jetzt für seinen nächsten Zug und spielte B6. Die eine Idee ist, den Läufer zu entwickeln, die andere Idee ist, C5 zu spielen. Weiß spielt B4, möchte hier C5 zumindest entgegenwirken, nicht unterbinden, denn Pragnananda spielte trotzdem C5, attackiert das weiße Zentrum. Jetzt kann Weiß aber zweimal nehmen auf C5, das macht er auch. B schlicht C5, B schlicht C5, D schlicht C5, Läufer C5. Und jetzt haben wir eine typische Isolani-Struktur mit dem D-Bauern hier auf D5. Aber Weiß ist nicht so gut entwickelt am Königsflügel und deswegen schnell jetzt Springer F3, bereitet die kurze Ruhade vor. Schwarz auf der anderen Seite am Damenflügel auch noch nicht gut entwickelt. Trotzdem, anstatt eine Figur zu entwickeln am Damenflügel, spielt Pragnan hier Turm E8. Liebäugelt hier so ein bisschen mit D4. Deswegen ganz schnell jetzt hier Ruhade, König in Sicherheit bringen. Läufer G4, attackiert den Springer. Und hier dachte Gukesh 24 Minuten nach. Das ist so eine typische Stellung in, ich sag mal in D4-Eröffnung, Damen-Gabit-Indische Eröffnung, wo man diese Verschlechterung der Struktur in Kauf nehmen kann. Und deswegen kam jetzt hier Turm D1, starker Zug, auf die D-Linie, ganz konkret gespielt. Und Weiß ließ jetzt diese Verschlechterung der Bauernstruktur zu. Läufer F3, GF3. Da haben viele immer vor Angst, aber dafür hat Weiß jetzt das Läuferpaar hier. Starkes Läuferpaar. Und Schwarz hat immerhin starken Läufer gegeben dafür, dass er hier die Struktur geschwächt hat. Springer, nee, Springer BD7, jetzt hat Weiß, also jetzt hat Schwarz ein Problem mit dem Bauern D5 hier. Und auf der C-Linie. Es droht hier unter Umständen Springer schlicht D5 jetzt. Wenn die Dame nimmt, Läufer schlicht H7 mit Gewinn der Dame. Und wenn der Springer nimmt, dann hängt der Läufer auf C5. Das ist hier das konkrete Problem der schwarzen Stellung. D4 übrigens hilft überhaupt nicht wegen Springer E4. Und es gibt noch ein weiteres Problem nach D4. Wenn hier zum Beispiel Läufer B6 kommt, dann kommt Springer F6, Dame F6. Und jetzt hier, na gut, Läufer schlicht H7 Schacht. Und dann Läufer E4 ist ein großes Problem hier. Weil der Springer auf B8 nicht entwickelt ist, verliert Schwarz hier Material. Naja. Pragnananda spielt jetzt hier Läufer D6. Er ging mit dem Läufer zurück, damit er aus der C-Linie weggeht und greift auch hier H2 an. Jetzt könnte man auf D5 nehmen. Springer D5, Springer D5, Läufer schlicht H7, König A8 und dann Turm D5. Das würde gehen, taktisch. Aber Weiß spielt der Läufer B2. Das geht auch. Nach 8 Minuten entwickelt den Läufer. Die Läufer sind hier natürlich sehr stark. Und Schwarz kann jetzt kaum vermeiden, den Bauern D5 zu verlieren hier. Läufer E5, probierte Prag. Jetzt kommt Läufer B5. Weiß steht besser. Ihr seht es am Balten. Und der Bauer D5 geht auf jeden Fall verloren hier. Naja, wenn Schwarz den Turm wegzieht, zum Beispiel Turm E6 hier, dann kommt Springer schlicht D5. Und es droht Springer schlicht F6, gefolgt von Dame C8. Das Schach auf der Grundreihe wäre tödlich. Oder die Dame geht flöhnen auf D8. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Springer D5 hier, Turm D5. Dame D5, Dame C8. Und die Dame hängt. Und der Läufer hängt. Das geht alles nicht. Also es gibt hier mehrere Probleme für Schwarz, basierend auch darauf, dass er noch nicht voll entwickelt ist. Der Springer auf B8 ist noch nicht im Spiel. Deswegen Springer BD7 hier. Schwarz gab den Bauern auf D5. Springer schlicht D5. Läufer B2, Dame B2, Turm E5. Läufer schlicht D7, Turm schlicht D5, Turm schlicht D5, Springer schlicht D5. Läufer H3 zurück. Weiß hat jetzt einen Bauernmeer. Die bessere Leichtfigur eigentlich, weil man auf beiden Seiten spielt. Der Springer hat keinen Halt im Zentrum. Das heißt, er ist immer lose irgendwo in der Gegend. Schwebt er rum. Weiß hat klaren Vorteil hier. Mal schauen, wie es weitergeht. Springer B6. Dame E5. Dame D2. Und hier überlegte Gukic etwas unpraktisch. Ziemlich lange, finde ich, für F4. 17 Minuten. Ganz schön lange. Die Zeit könnte ihm am Ende fehlen. Dame E2. Turm C1. Jetzt bringt er den Turm ins Spiel. Dame D3. Schwarz. Stochert so ein bisschen im Nebel rum. Da ist nichts zu holen für Schwarz. Weiß davon Bauernmeer. Dame C3. Turm D8. Ein guter Zug von Schwarz. Und hier normalerweise sage ich ja immer, wenn man Material mehr hat, tauschen. Aber Dame D3 ist hier nicht das genaueste wegen Turm D3. Und Weiß hat Probleme hier, den Bauern vernünftig zu decken. Hier das Feld C8 ist gedeckt. Turm C8 geht nicht. Also müsste man Turm A1 spielen. Aber hier steht der Turm natürlich sehr passiv. Und der Vorteil wäre nicht so riesig wie in der Partie. Gukic fand jetzt hier den besten Zug. Dame C7. Greift den Bauern A7 an. Hat einen Blick hier auf D8. Die Dame, die Schwarze, darf nicht wegziehen. Zumindest nicht von der D-Linie weg. H6 Luftloch. Aber jetzt kommt Dame schlicht A7. Weiß hat jetzt schon zwei Bauern mehr. Springer D5. Läufer F1. Dame G6 Schach. Läufer G2. Springer C3. Turm F1. Dame D3. A4. So endlich kann Weiß den A-Born vorziehen. Aber das Problem ab hier war, insbesondere für Weiß, dass er nur noch von seinen 30 Sekunden Zeitgutschrift lebte. Die Bedenkzeit in Reykjavik war 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest und 30 Sekunden Zeitgutschrift für jeden Zug. Hier sind wir aber noch bei Zug 32. Das heißt, die zusätzlichen 30 Minuten bekommt man erst, wenn 40 Züge geschafft sind. Und der hatte jetzt hier mehr oder weniger seine Zeit aufgebraucht. Und immer wieder nur 30 Sekunden pro Zug, die er dazu bekommt. Man wird natürlich dann nervös. Der Druck steigt. Turm D6. Die Idee ist offensichtlich. Schwarz möchte irgendwie am Königsügel was machen. A5. Dieser Bauer hier sollte eigentlich die Partie entscheiden. Turm G6. Fesselt hier den Läufer. König A1 geht aus der Fesselung. Alles richtig. König A7. Gut, was soll Schwarz groß machen? Dame D4 hier. Es gibt auch andere Züge, die klarer gewinnen, gemäß Engine. Aber gut, da sind hier keine Engines, die spielen. Und es ist Zeitnot. Dame D4. Natürlich darf Schwarz die Dame nicht tauschen. Er hat zwei Bauern weniger. Dame F5. Greift den Bauern A5 an. Und es droht Dame G4. Ganz wichtige Drohung. Und hier gerät Gukes in Panik. Er wollte den Bauern A5 partout nicht abgeben. Er hätte das aber tun sollen. H3 ist hier der beste Zug. Deckt prophylaktisch das Feld G4. Und nach Dame schlägt A5 gibt es hier den Zug Dame D2. Und das große Problem hier ist, die Fesselung ist super nervig. Ich drohe Turm C1 mit Weiß. Und der schwarze Springer darf nicht richtig weg. Also der darf sowieso jetzt nicht weg, weil die Dame dahinter steht. Sagen wir mal Dame A3 hier. Dame C2. Fesselt den Turm hier auf G6. Und Schwarz hat große Probleme. Er kann sich nicht entwirren. Zieht der Springer weg, kommt Läufer E4 mit Gewinn der Qualität. Aber Schwarz kann das gar nicht groß verhindern. Zum Beispiel König A8. Turm C1. Turm D6 zum Beispiel. König A2. Abwartezug. Damit die Ds auf Dame schlägt C3 kommt. Turm D1 Schach. Die Ablenkung. Deswegen König A2. Springer B5. Und hier Turm B1. Und Weiß gewinnt hier nach und nach. Es gibt Probleme auf diesen Diagonalen und auf der Grundreihe. Aber das war alles schwierig zu sehen. Gukic wollte partout nicht den Bauern geben und spielte Dame E5. Und das schon ein Fehler. Zum Remis. Dame G4. Es droht Matt. Und jetzt hier gibt es nur einen Zug, der das Remis hält für Weiß. Versucht ihn mal zu finden mit Weiß. Das ist überhaupt nicht einfach. Vor allen Dingen in Zeitnot. Gewonnen ist es nicht mehr. Er muss jetzt hier das Remis finden mit Weiß. Der Remis-Zug lautet hier Läufer E4. Einziger Zug. Springer E4. Dame E4. Deckt hier das Feld jetzt. Und jetzt Dame E2. Mit Angriff auf den Turm und den Bauern. Die Dame darf nicht nach B1 zurück. Wegen Dame F3 Schach. Matt. Also muss ich hier Turm G1 spielen. Dame F2. Turm G6. FG6. Und das ist hier jetzt Remis. Das droht Dame E1 Schach. Droht aber auch Dame F1 Matt. Und Schwarz muss jetzt sowas machen wie... Weiß muss jetzt sowas wie H4 spielen. Oder Dame D3. Das Matt abwehren. Aber dann gewinnt ja Dame E1 König G2. Dame A5 den Bauern. Und das wird Remis hier. Beide Seiten haben drei Bauern. Klar, Weiß kann hier noch versuchen mit dem E-Bauern zu gewinnen. Aber der König ist viel zu offen. Das wahrscheinlichste Szenario ist Dauerschach hier. In der Partie fand Guckelschläufer E4 nicht. Er spielte Turm G1. Deckte den Läufer. Er sieht so aus, als ob er hier das... Als ob er gewinnen würde. Der offensichtliche Zug Springer E2 mit Angriff auf den Turm funktioniert nicht. Hier gewinnt Weiß wegen des Zwischenzuges H3. Mit Angriff auf die Dame. Die Dame muss die G-Linie verlassen. Irgendwohin. Dame D7 zum Beispiel. Und jetzt Turm F1. Oder sonst wo. Mit dem Turm. Und Weiß hat zwei mehr Bauern weiterhin. Und hat das Matt abgewehrt. Und es geht hier nicht weiter für Schwarz. Aber wie gewinnt hier Schwarz? Und das war eine richtig kalte Dusche für Guckelsch. Richtig. Ich kann es mir schon vorstellen. Wie ist der echt? Wie ich auf den Tisch gehauen hätte. Springer D1. Uff. So bitter. Droht Springer schlechter F2 Matt. Und versucht mal dagegen was zu finden. Gibt nichts. Turm F1. Dame G2 Matt. Die Dame kann den Bauern F2 auch nicht decken. Dame B2 ist natürlich Springer schlecht B2. Und deswegen gab Weiß auf. Boah. Wat ein Turnaround. In Zeitnot. So bitter für Guckelsch. Klar gewonnene Partie gehabt. Zwei Bauern mehr. Aber das Ding nicht nach Hause gefahren. Hier gegen Pragnananda. Und dementsprechend gewann Pragnananda das Turnier. Mit siebeneinhalb Punkten nach neun Runden. Alleiniger Turniersieger in Reykjavik. Man muss sagen. Guckelsch hätte das Turnier eventuell gar nicht gewonnen. Er hätte sieben Punkte gehabt. Wäre punktgleich gewesen. Wäre ein geteilter Turniersieg gewesen. Mit vier anderen Spielern. Die auch sieben Punkte. Zum Beispiel Abhimanyo Mishra. Den ich ja gestern hier schon gezeigt habe. Seine Partie gegen Eric Rosen. Ich hoffe die Partie hat euch gefallen. Und zeigt euch auch so ein bisschen das Drama. Das sich immer wieder in den letzten Runden Partien abspielt. Oder auch in Zeitnot. Das ist ganz normal in Zeitnot. Und dass es solche Turnarounds gibt. Auch bei starken Großmeistern. Habt ihr was gelernt? Alles klar. Macht's gut. Checkt auch mal in anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights. The Big Rig Shorts. Würde mich freuen. Bis dann.